Eins, zwei, drei. Ich habe versucht, den Kindern Stabhochsprung näher zu bringen. Ich habe ein paar Aufwärmübungen gemacht, die Stabhochsprung spezifisch sind. Schulter, Dehnung und dann auch noch ein paar Stabübungen, wo man mit dem Stab einfach läuft und einfach mal ein Gefühl hat, wie es sich anfühlt, so einen Stab zu tragen. Ich glaube, den Kindern hat es schon Spaß gemacht und ich glaube, ich konnte ihnen auf jeden Fall schon helfen, vielleicht die Sportart oder Disziplinen näher zu bringen und hoffe auch vielleicht, dass sie in Zukunft sich noch mehr dafür interessieren. Wir freuen uns sehr, dass das PSD-Bank-Meeting zum 15. Mal ausverkauft ist, so schnell wie noch nie. Das zeigt, glaube ich, den hohen Stellenwert und die Sportbegeisterung hier in Düsseldorf. Das PSD-Bank-Meeting war schon immer ein besonderes Highlight in der Hallensaison. Ich wollte schon immer da starten. Vor zwei Jahren habe ich das erste Mal da teilgenommen und auch dieses Jahr möchte ich versuchen, mich bestmöglich zu platzieren und top abzuschneiden. Für uns eine ganz großartige Sportveranstaltung, das Highlight der Auftakt des Jahres. Wir haben ein großartiges Starterfeld wieder dieses Jahr in Düsseldorf dabei. Unter anderem Bogern Dalita Beere als Düsseldorfer, Maximilian Torwirt als Düsseldorfer Athlet, der starten wird. Aber natürlich dieses Jahr auch wieder dabei Mr. PSD-Bank-Meeting Adam Schott. Drei. Prima!